Willkommen zurück, ihr Lieben, zu World of Warcraft Legion mit unserer lieben Alexiel, Nachtelfe. Ja, da ist sie. Und wir hatten noch ein paar Dinge zu erledigen. Wir sollen da vorne hinlaufen, also machen wir das doch glatt mal. Viel zur Auswahl hier, was wir tun können, haben wir noch nicht. Die muss auch immer noch meine Sachen hier unten sortieren, sehe ich gerade. Ist aber alles gerade nicht so wichtig. Unser kleiner Fips folgt uns. Und irgendjemand lädt mich ein und ich wüsste nicht, warum. Mache ich nicht, kenne ich nicht. Tut mir leid, nicht in der Aufnahme. Aber, ja, was soll ich tun? So, da sind auch neue Quests, die können wir auch direkt annehmen. Geben wir doch aber erstmal das ab, was wir überhaupt abgeben sollen. Machen wir doch erstmal eins nach dem anderen hier. Ich laufe mal hier hin. Hallo, hallo. Wo soll das denn abgegeben werden? Bestimmt da. Ah, guck mal, da ist der erste. Da ist der Gastwirt Keldamir. Ich bin geehrt. Euer Körper sieht geschwächt und euer Geist sieht müde aus. Ruht euch unter unserem Dach aus und erlaubt es Elin, eure Träume zu führen. Lieferung für Delana. Wie vermag ich euch die nicht zu sein, junge Freundin. Seid ihr hier, um euch im Gasthaus auszuruhen? Benötigt ihr einen Ruhestein? So, ah ja, die Lieferung. Kräuter aus dem Laubschatten-Tal. Ein Jammer, dass Portanius nicht selbst kommen konnte, denn wir hatten viel zu besprechen. Dennoch bin ich froh, dass ich die Kräuter habe und dass ihr gekommen seid. Bitte ruht euch aus, solange ihr hier seid. Helden müssen Körper und Geist fit halten und Ruhe und Entspannung suchen. Wann immer sie können, vernachlässigt man Ruhe für Körper und Geist. Wird man keine Leistung bringen können. Also entspannt euch eine Weile. Also, wir müssen wieder eine Belohnung. Hier, dann nehmen wir doch nicht den ekelen Käse, sondern das was. Das bringt uns wahrscheinlich nicht mal was. Möchte ich das zu einem Heimatort machen? Wir machen es einfach mal. So. Und haben wir irgendwas, was wir vielleicht auch verkaufen können? Ja, hier. Eine ganze Menge. Es geht automatisch weg. Das ist gut. Brauchen wir nicht. Wir haben nämlich nicht viel Platz in unseren Taschen. und den brauchen wir auch eigentlich. Größere Taschen habe ich nicht. Zeichen der Pfote. Bonusereignis. Oh, wir haben Haustierkämpfe. Wir können irgendwas Tolles machen. Das mache ich aber nicht unbedingt jetzt. Jetzt wollen wir noch ein bisschen Questen. Wir fangen ja gerade erst an. Ich nehme mal da vorne die Quest an. Wir müssen nämlich leveln. Kochbedarf. Willkommen in Dollar-Nahjägerin. Sagt mir Schattfalz-Rezepte und Grundzutaten, wie du die Andenken an zu Hause. Eine Freundin von mir, Schwester Aquin, ist in der Ausbildung zum Monat. Mondpriesterin in D'Anassos. Sie hat Dollar-Nah letztes Jahr verlassen, um in Tempel zu lernen. Laut ihren Briefen geht es ihr gut. Sie lernt viel, aber sie vermisst ihr Zuhause und ihre alten Freunde. Ich habe ein Buch mit ihren Lieblingsrezepten aus D'Anassos zusammengestellt. Wenn ihr die Zeit findet, könntet ihr es ihr nach D'Anassos bringen. Ihr könnt einen Hippogryphen von Fidelio mieten. Er befindet sich in der Mitte der Stadt gegenüber vom Gasthaus. Ja, alles klar. Weiß ich Bescheid. Da drinnen nehmen wir auch gleich die Quest noch an. Dann brauche ich nicht zurücklaufen. Außerdem ist da in der Nähe auch eh noch. Was? Das mache ich jetzt hier gerade ein bisschen wirrwarrmäßig im Laufen. Aber naja. So. Schildwache Kühlrahm. Achso, hier. Atridas Bärenfell. Ein beunruhigender Wind. Ein beunruhigender Wind weht durch den Wald. Gerolas Talvitrin dient den schlafenden Druiden der Kralle in den Grabhügeln von Ban Ethil als großer Aufseher. Seine Pflicht als außerwählter Beschützer der Schlafenden ist es, deren Sicherheit zu gewährleisten, auf das sie ihren Pakt mit Yisera gerecht werden. Aber es gab länger keine Nachricht von Gerolas und ich werde etwas nervös. Reist noch Osten zum Dorf Sternenhauch und bringt mir einen Bericht von Gerolas, auf das ich meine Sorgen begraben kann, da ich weiß, dass meine träumenden Brüder und Schwestern sicher schlummern. Okay, sagen wir auch noch Bescheid. Irgendwie melden sich hier alle nicht. Sagen nicht, wo sie sind, was los ist und so. Ist natürlich nicht so toll. Kann man verstehen. Hier haben wir noch was zum Abgeben. Abgeben ist immer gut. Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Ich bin ganz ohr. Teldrassir gibt das Wissen weiter. Seid gegrüßt, Jägerin. Welchen Anlass verdanke ich die Freude an unserer Zusammenkunft? Na, ah, ich verstehe. Tenarion hat euch gesandt. Nun gut, es scheint, dass wir viel zu bereden und noch mehr zu tun haben. Bevor wir uns um die erledigende Aufgabe kümmern, solltet ihr die Reaktion dieses Mondbrunnens erlernen. Ja, sehr schön. Lasst mich euch zunächst ein bisschen mehr von der Aufgabe erzählen, die euch erwartet. Die Rhyden in Danassos verbrauchen das Wasser des Mondbrunn Teldrassirs und deshalb muss ihr Mondbrunnen von Zeit zu Zeit wieder aufgefüllt werden. Ihr könnt mit diesen speziell gefertigten vielen Wasser aus dem Mondbrunnen schöpfen. Nehmt dieses Gefäß zum Mondbrunnen außerhalb von Sternenhauch am Osten mit und füllt es mit Wasser. Wasser beachtet die Lehren der Mondbrunnen, sonst nähren wir nur unsere Verfehlungen. Okay. Jetzt haben die hier im Hintergrund gequatscht. Das ist natürlich blöd, das konnte ich alles gar nicht lesen auf einmal. Aber wir wissen ja zumindest, dass wir hier jetzt was zu tun haben. Achso, habe ich das jetzt gemacht? Muss ich natürlich machen, ne? Komm her. Benötigt Mondbrunnen von Sternen bin ich doch, oder nicht? Ist das nicht hier jetzt? Soll ich das nicht hier machen? Ist das nicht... So, dann muss ich das da vorne machen. Ich bin verwirrt. Wir wollen uns ja auch nicht allzu viel Zeit lassen. Ein bisschen Tempo anziehen muss ich. Zehn Minuten Dinge warten hier auf uns. Also, da kann man ruhig mal ein bisschen hoppigaloppi. Normalerweise leveln die Leute hier ganz, ganz schnell. Aber wir machen das ja in dem Sinne in Ruhe zusammen. So, andenken an zu Hause. Wie kann ich euch helfen? Das ist der Aufmerksam von Nyoma. Für ein paar Münzen kann ich euch mit meinem Hippogryphen ein schnelles Transport in die Hauptstadt zur Verfügung stellen. Okay. Alle in Dolanar sind stolz auf Schwester Aquin. Ich bin sicher, sie wird sich sehr freuen, dieses aufmerksame Geschenk von Nyoma zu erhalten. Wenn ihr bereit seid, nach Danassos zu reisen, sprecht einfach wieder mit mir. Und für ein paar Minuten Münzen könnt ihr ein Hippogryphen mieten, die euch dorthin bringt. Man sagte mir, Schwester Aquin genießt die Abgeschiedenheit eines kleinen Platzes südlich vom Hippogryphenmeister in Danassos. Sucht dort nach ihr, wenn ihr angekommen seid. Das machen wir natürlich auch. Wenn wir schon mal da sind, geben wir das dann ab. Hier ist noch jemand, der was will. Der Rat des Waldes hat die Meidung erhalten, dass ihr Zen Faulhof behilflich gewesen seid. Ach, hier der Typ vom letzten Mal. Dieser komische. Da. Er macht sich lustig über uns. Der Satir ist ein Feind des Waldes. Als Nachtelfe müsstet ihr eigentlich mehr Verstand haben, als den Wald zu entweihen, indem ihr Kreton der Natur tötet. Ihr müsst euch Ehre in den Augen des Rates wiederherstellen, wenn ihr weiterhin eine Freundin von Deldrazil bleiben wollt. Erteilt Faulhof eine Lektion, dann habt ihr eure Schuld beglichen. Teufelszapfen sind verdeppte Samen, die von Bäumen fallen. Sie sollen einen grünen Rauch ab. Gebt Faulhof einige davon. Er wird denken, dass sie ihm eine harmlose Leckerei gebracht hat. Oh, jetzt sollen wir ihn auch noch verarschen. Machen wir natürlich. Nehmen wir hier von dem auch noch einen Quest an. Von Talunkai, Flinkwurzel, der smarkgrüne Traumfänger. Einst erhielt ich von Gerolas Talvertrin, dem Bewacher der Druiden im Grabhügel von Ben Ethiel, einen smarkgrünen Traumfänger. Dieses mächtige Amulett ist in der Lage, Energie aus dem smarkgrünen Traum abzuziehen und damit denen, die es tragen, Glück zu bringen. Leider habe ich den Traumfänger nicht mehr aus meiner Kommode in Sternenhauch holen können. Sternenhauch war einst ein ruhiger Ort, aber jetzt ist er durch die Fuhrbolgs, die sich dort auf der Verderbnis anheim gefallen. Wärt ihr vielleicht bereit, mir meinen Traumfänger wieder zu beschaffen? Ja klar, wir machen alles. Natürlich, hier gibt es Speis und Trank. Lehrerin für Erste Hilfe. Würde ich ja gerne, können wir das schon erlernen? Dann lernen wir das. Machen wir. Wenn ich neues Rezept erlernt. Haben wir irgendwas bekommen? Rezeptstattung. Einzigartig Questgegenstand. Machen wir natürlich. Wenn ich denn kann, ist hier irgendwas besser? Nö, ist irgendwie alles nur schlechter, oder? Wir haben schon ein besseres an. Hier haben wir Heilkraut, das ist nicht schlecht. Das kann aber eigentlich alles weg. Abgestaltene Voodoo-Klone. Naja, wenn ihr meint. So. Wen haben wir hier? Kampfhaustier-Trainerin. Möchtet ihr einige seltene Begleiter fangen? Kann, uh, benötigt Kampfhaustier-Training. Haben wir aber noch nicht, oder? Doch, können wir. Das erlerne ich doch auch glatt mal. Äh. Kampfsteine eintauschen. Das weiß ich nicht, was das ist, aber ich will jetzt weiter questen. Das lasse ich jetzt mal. Ja, jetzt haben wir ganz viel zu tun. Was haben wir denn? Was sorgen wir hier? Wo ist der blaue Kreis? Hier. Teufelstapfen. Ach ja, für den Faulhuf. Honk. Ja. Dann. Legen wir mal los. Wir sind im blauen Kreis. Wo kriegen wir die her? Kriegen wir die hier von denen? Katze, mach ihn fertig. Wir brauchen noch einen Namen. Für unsere Katze, Leute. Ich hab noch keinen Namen. Macht mir doch gerne mal bitte, bitte Vorschläge. Aber ich kann auch selber einen bestimmen. Kann ich auch machen. So. Den greifst du mal bitte an. Na komm. Noch haben wir nichts, was wir hier eigentlich holen sollen. Teufelstapfen. Was kriege ich die denn? Der Rante hat die Meinung erhalten. Ihr müsst auch in den Augen. Das Rante ist wieder her. Ihr Schubeln kann tauschen. Das sind verderbte Samen, die von Bäumen fallen. Ja. Ja. Bäume. Zapfen. Wo sind die? Was mit denen? Kriegen wir die von denen? Ich weiß grad nicht, ob ich was angreifen soll. Oder hier sind ja auch zwei. Wie soll ich die denn jetzt schaffen? Leute. Gleich stirbt mein Vieh. Na komm. Der Nächste. Schnell, schnell. Oh. Vielleicht können wir ihn wieder beleben. Unsere Katze. Oder wir kriegen es sogar hin. Ach Mensch. Guck mal. Haben wir es hingekriegt? Auch schön. Ist sie gestorben? Ja. Beleben wir die rasch wieder? Dann ist sie wenigstens auch gleich vollgeheilt. Wo sind denn die Samen? Entdeckt. Al-Amet-Se. Al-Amet-Se. So heißt es. Da. Da. Ach. Immer wenn es gelb leuchtet, einsammeln. Schöne Musik. Da ist ein Teufelszapfen, aber auch direkt wieder ein Fein. Nein. Wir ignorieren das. Mit den Add-ons. Alles schon richtig so. Es gab ein neues Patch. Aber ich mache trotzdem erstmal hier für euch die Aufnahme. Das ist gerade für mich wichtiger. Als die anderen. So weit sind wir eh noch nicht. Wir fangen gerade ganz klein im Moment mit der Nachtelfe erst an. Aber wir haben auch gleich die Teufelszapfen zusammen. Das ist schön. Ich fange auch gerne eigentlich von vorne an. Ich habe da gar kein Problem so mit. So. Jetzt gehen wir mal in die Richtung. Oder sollen wir hier irgendwie von jemandem ganz woanders hin? Nö. Könnten uns auch noch eine Eule als Begleiter. Aber ich glaube, wir können im Moment nur einen Begleiter haben. Wir sind noch nicht so weit. Das dauert noch ein bisschen. Aber nicht mehr lang. Hier. Hier. Fast Level up. Sehr schön. Da kommt aber auch schon der nächste Hong. Och Mann. Da ist es. Das Level up. Von dem wir gerade geschwommen haben. Schon Stufe 6. So schnell kann es gehen. Na komm. Wir sind noch so langsam. Mach mal schneller. Gut. Gut, gut. Muss jetzt auch nicht gerade mit jedem hier kämpfen. Muss nicht sein. Aber wo laufe ich eigentlich? Doch. Ich laufe richtig. Das ist gut. Wir haben noch gar keine. Wer greift denn jetzt schon wieder an? Komm. Muss das sein? Ja, es muss sein. Am Anfang haben wir das lästigerweise. Später fällt es uns ganz einfach. Dann werden die auch gar keine Gegner mehr. Dann sind das alles nur noch so ganz leichte Kreaturen, die uns, die in Grau abgebildet werden. Denn jetzt sind sie rot, weil sie in Gefahr sind. So wie der hier wieder. Wir sind noch so schwach und klein. Schattenmimik. Ich die benutze? Nö. Ich möchte mich ja gar nicht verstecken. Aber ich könnte mal ein bisschen weggehen. So, jetzt den. Genau. Machen wir auch noch fertig. Ich meine, es gibt alles Erfahrung, ne? Muss man mal so sehen. Ist ja noch so klein. Ja, ich weiß, dass ich angegriffen werde. Und ich schaffe ihn auch allein. Auch ohne meine Katze. Da ist sie auch schon wieder. So, wir wollen aber weiterlaufen. Und unser Aussehen würde ich auch gerne irgendwann nochmal ändern, wenn wir können. Aber noch müssen wir ein bisschen warten. Oh, hier sind schon wieder so viele Gegner. Menu. Muss ich eigentlich nach oben? Vielleicht muss ich eher da langlaufen, ne? Damit ich nicht so blöd. Blödlauf. Mach mal hier so eine Runde um die rum. Glaubst du, sonst müssen wir nämlich da den Hügel und so. Ah, der hat uns schon entdeckt. Die war ganz aufmerksam hier. Der Gute-Nacht-Säbler. Hm, hm, hm. La, la, la. Usa nicht filbst, ist der noch da? Ja, der ist aber Level 9. Das ist relativ gut. Da ist was. Wo wir was erledigen sollen. Und zwar die Verweigerung. Dö, dö, dö. Gelüftet, gefüllte Jade-Fiol. Also da ist der Mondbrunnen. Müssen wir füllen. Machen wir. Da kommt schon wieder der nächste Nachtsäbler. Der ist auch ganz schön schnell. Mach mal fertig hier. Wieder etwas Erfahrung. Wenn schon, denn schon. Da ist der Brunnen. Da ist der Typ. So. Der Erzdrüde, der hat die Drachen um denselben Segen, den sie Nordrassil in uralten Zeiten einst gaben. Ach, Bart. Lese ich hier. Doch Nozdormu, Lord der Zeit, verweigerte sein Segen und rügte den Ruiden für seine Arroganz. Alexstrasa wies Hirschhaupt ebenfalls ab und ohne ihren Segen war Teldrassils Wachstum mit Makeln behaftet und unvorhersehbar. Hirschhaupt zog sich in seinen Enklavin Danassus zurück, immer auf der Suche nach einer neuen Möglichkeit, Segen für Teldrassil zu erreichen und die Unsterblichkeit unseres Volkes wiederherzustellen. Und weg ist er. Ich nehme an, wir müssen zum nächsten Brunnen. Aber erstmal laufe ich da vorne hin und gebe das ab. Das ist ja hier direkt in der Nähe. Also machen wir das doch. Wir müssen nämlich dem Faulhof den Blödsinn geben. Und das will ich doch glatt mal gemacht haben hier, der olle Typ. Was habt ihr für mich, Alexiel? Eine leckere kleine Zwischenmahlzeit, nehme ich an. Ihr seid eine nette Nachtelfe. Ich wusste, dass ihr nützlich sein würdet. Haha, wir verarschen dich nur. Ja, du darfst es gerne abgeben. Keine Ahnung, warum du das nicht willst. Witzig, witzig. Fasst mich nicht an. Was nun? Da, jetzt verflixt. Nein, das kann verflixt nicht sein. Ihr habt mich verflixt mit euren faulen Tricks betrogen. Verflixt, verflixt. So, jetzt ist da irgendwie eine Kröte geworden. Zen Faulhof. Und jetzt nicht mehr. Na Mensch. Okay. Ja. Äh, okay. Dann ciao. Da ist auch noch was, aber ich, äh, was will ich jetzt? Ich laufe da lang. Oder laufe ich ganz doll doof? Nein, es ist schon okay so. Da gibt es noch ganz viel zu tun. So, Spinne. Ich habe kein Ziel. So, bei dem Brunnen waren wir ja eigentlich schon. Sternenhauch. Da oben ist das Fragezeichen. Da wollen wir hin. Also machen wir das doch glatt mal. Tü, 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 tü. Erste Hilfe lernen wir auch schon hier nebenbei, glaube ich. Och, hey. Hier ist er, Gerolas Salveren. Dank sei den Waldgästen, dass ihr hier seid. Ich wusste, Ars Hidras würde die Probleme spüren und Hilfe schicken. Ja. Der Knarztklauenstamm ist wieder verderbt worden. Sie haben mich hinterrücks überfallen, als ich auf dem Weg zum Grabhügel von Banethil war und liefen weiter, um Sternenhauch zu plündern. Irgendwas im Wald hat Ossal den Raufer, ihren Häuptling, verderbt. Und er benutzt die bösen Macht, Mächte des Teufels Moses, um sie wahnsinnig werden zu lassen. Ich bin so schwer verwundet, um zu Tridas zurückzukehren, um diese schlimme Nachricht überbringen zu können. Junge Jägerin, diese Aufgabe bleibt euch überlassen. Wir können nur hoffen, dass die verrückten Knarztklauen noch nicht bis nach Banethil durchgedrungen sind. Kehrt zu Arsidras, Bärenfäden, Dolanah, zurück. Ja. Das machen wir. Und das ist nicht das Einzige, was wir natürlich tun. Wir haben ja auch noch anderes. Und je näher das alles hier dran ist von den Quest, desto schneller sind wir fertig. So richtig super Orientierung habe ich noch nicht. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Wir sollen eigentlich noch weiter da lang. Aber hier gibt es ja noch was. Der Traumfänger, der wartet hier auf uns. Wo ist der denn? Ist der da drinnen? Wahrscheinlich. Den sollen wir auch noch besorgen. Da, guckt mal, das sieht gut aus. Da ist der Traumfänger. Den haben wir auch für ihn geholt. Den hat er ja schon vermisst. Aber hat sich nicht getraut. So. Jetzt geht es zurück. Jetzt laufen wir ganz vielen Quests entgegen. Das ist wunderbar. Den machen wir noch fertig. Der greift uns wahrscheinlich eh sowieso gleich an. So. Wunderbar. Erfahrung ist immer gut. Wir leveln anfangs sowieso ein bisschen schneller als später. Aber das ist auch wichtig, dass wir das tun. Dann haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel auch mal eine Instanz zu machen. Und so weiter und so fort. Im Moment ist das alles noch ein bisschen... Da questen wir eher noch. Ist alles noch ein bisschen zu früh. Wir sind ja erst im Einstieg. Und ich möchte auch, dass ihr das miterleben könnt. Ganz von Anfang an. Wie es eben so ist. So. Da weiß ich nicht, was mit denen hier ist. Die haben einfach mal Bock, hier rund zu laufen. Aggressiv. Wieder eine Spinne. Eine Waldweber lauernde irgendwas. Ja, okay. Du bist böse. Kapiert. Wir haben Glück. Im Moment geht's. Gut voran. Und ganz viele Quests zum Abgeben. Das ist immer schön. Wo seid ihr denn alle? Habe ich hier überhaupt in den Questiaten genommen? Nö. Äh, da müsst ihr eigentlich so... Da vorne ist schon mal der Erste. Koritas Mondsorn. Hallo Alexiel. Habt ihr eure Aufgabe ledigt? Ja, klar. Es ist nur natürlich, dass unser Volk einst unsterblich und verehrt sich schwer tut, sich selbst in einem bescheidenen Licht zu sehen. Das uns wahrscheinlich gebührt. Wir müssen uns unserer Verbindung mit der Natur, mit Elyne gewahr werden und unsere sterblichen Fehler hinter uns lassen. Mögen euch die Sterne leiden. Ja. Gut. Dann danke. Ciao. So. Hier. Die Nächsten, die auf uns warten. Wir haben ja alles brav erledigt. Da ist er. Der Bärenfeld. Bei den Sternen. Die ist wirklich sehr furchterregend. Wir hatten bereits in der Vergangenheit Schwierigkeiten mit der Verderbnis der Fuhrbolgs. Doch diese Probleme sollten seit der Reinigung von Teldrassir der Vergangenheit angehören. Ich fürchte um unser gesamtes Volk, falls der Segen der Aspekt selbst unsere großen Baum nicht zu läutern vermag. Die Relikte des Erwachens warten auf uns als nächste Quest. Vier des Himmels sowie die Rune des Nistens herbei. Die Druiden bewahren sie in heiligen Truhen auf. Bringt sie zu mir, damit ich das Aufweckungsritual vorbereiten kann. Und noch jemand will jetzt was von uns. Und zwar die Schildwache Kürer Sternen. Was hört euch hierher? Die Aggressionen der Knarzklauen begrenzt unsere Möglichkeiten. Niemand von uns ist davon begeistert, mit Klingen und Pfallen gegen Kreaturen vorzugehen, mit denen wir einst befreundet waren. Aber ich befürchte, dass sie sich bald gegen Dollar nahe wenden werden. Die größere Sorge sind für mich die Fuhrbolgs auf der Lichtung von Ben Esil. Und im Grabhügel von Ben Esil. Ihr müsst nach Westen reisen, in den Grabhügel vordringen und so viele der Knarzklauen töten, wie ihr nur könnt. Wir bekommen wahrscheinlich nicht mehr viele Gelegenheiten, ihre Stärke Einhalt zu gebieten. Und beeilt euch. Machen wir. Einige unserer Jägerinnen sind schon bis zum Grabhügel von Ben Esil vorgenommen. Sie werden euch finden, wenn ihr dort seid, geht und sprecht mit Sitaro, um euch eine Reise dorthin zu sichern. Alles klar, wissen wir Bescheid davon, es auch noch mehr zu erledigen. Das ist gut, dass hier so viele Quests sind. Das gibt uns die Möglichkeit, schnell zu leveln. Was führt das hier? Und auch die interessanten Dinge des Spiels noch kennenzulernen. Ich bin froh, dass ihr bereit wart, eure Fehler wieder gut zu machen. Das sagt viel über euren Charakter aus. Ich habe noch eine Aufgabe für euch. Ich habe noch eine Aufgabe für euch. Ich habe einige Zornwurzelsamen gesammelt. Sie sind Teufelszapfen, ähnlich, aber viel stärker. Die Natur reagiert oft sehr negativ auf Dämonen. Und diese Zornwurzelsamen beinhalten hochkonzentrierte Abwehrstoffe. Nördlich von hier am Teufelsfeld sind Grellkin, die nicht mehr zu läutern sind. Benutzt die Zornwurzelsamen, um sie auszulötschen, bevor sie zu einer größeren Bedrohung werden. So. Achso, Quatsch, ich wollte es ja annehmen. Grüße, Alexei. Es freut mich zu sehen, dass sich eine Jägerin wie ihr für den Schutz der Heine einsetzt. So, das markgrüne Traumfänger. Den haben wir natürlich jetzt geholt für ihn. Bitte sputet euch. Ich kann nur hoffen, dass meins maggrüner Traumfänger von den Fuhrburgs nicht beschädigt wurden. Nee, hier bitte. Meins maggrüner Traumfänger ist mir äußerst wichtig. Er ist ein Geschenk, das nicht jedem zuteil wird. Danke, dass ich ihn zurückgebracht habe. Bitte gern geschehen. Jetzt freut er sich natürlich und wir kriegen ordentlich Erfahrung. Jetzt sollen wir aber noch was für ihn machen. Und zwar Ferocitas, der Traumweber. Oder den Traumfressern. Der Smaragd, er ist weg. Mein Traumfänger ist beschädigt. Eine Gruppe von Knarzklauen-Mystikern. Ja, so auf einmal passiert hier so. Nebenbei. Eine Gruppe von Knarzklauen-Mystikern lebt im Norden von Sternhauch. Ich habe gehört, dass ihr Anführer Ferocitas, der Traumfresser, seit einiger Zeit eine Halskette trägt, die des Nachts grün leuchtet. Jetzt, wo ich meinen Traumfänger sehe, bin ich mir sicher, dass er meinen Smaragd gestohlen hat. Er würde nie verstehen, dass dessen Macht völlig nutzlos für ihn ist. Findet das verlorene Juwel, Alexiel. Und wenn ihr schon mal dort seid, erledigt euch gleich, erledigt auch gleich einen dieser verderbten Mystiker. Was wir nicht wieder machen sollen. Und noch was. Krankhafter Hass. Ich muss euch warnen, Alexiel. Das hier muss absolut unter uns bleiben. Die Satyr bereiten uns schon genug Ungelegenheiten. Aber dieser eine hier scheint sich zu einer echten Bedrohung zu entwickeln. Lord Melenas ist sein Name. Er lebt in der nahegelegenen Teufelshöhle, in der ein großes Kontingent Grellkrieger um sich versammelt hat. Sein Herz ist so schwarz wie die Nacht und er führt etwas äußerst Übles im Schilde. Ihr müsst ihn in der nahegelegenen Höhle gleich nördlich von hier suchen und mir seinen Kopf bringt. Jo, das machen wir natürlich auch. Das machen wir natürlich auch. Wir haben also ganz viele Quests jetzt bekommen, ganz viel zu tun. Freuen wir uns auf den nächsten Part von World of Warcraft, Leute. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder reinschaltet. Bis dann.